Hola hombre, mi amor, me volveme a hablar español, y se gude como y es das So, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Team Ullia 101 Ich hätte jetzt mal ein paar Sachen für euch Nämlich würde ich mal ganz gerne wissen, ob ihr irgendwelche Video-Wünsche hättet Also dementsprechend irgendwas, dass ihr sagt, bring mal mehr Skywars 9-Rest, ich werde keinen zubringen Dass ihr sagt, also halt einfach, bring mal mehr davon, bring mal mehr davon Irgendwas in die Richtung Dann hätte ich noch eine Frage, findet ihr es schlimm, dass ich immer nur ein Kid spiele Weil ich hab halt wirklich, wie ich im letzten Video schon gesagt hatte Die letzten anderthalb Jahre oder so nur dieses eine Kid gespielt Und da muss ich dann halt einfach sagen Ähm Bin ich das halt auch als einziges, ich sag's mir wirklich gewohnt in irgendeiner Weise So, dann hätte ich noch ein allerletztes Thema Ähm, tut mir leid, dass das Video heute zu spät kommt Ähm Ich hatte aber momentan, beziehungsweise habe ich momentan ziemlich viel privaten Stress Ähm, zum Beispiel muss ich heute Muss ich heute ein Referat machen Weil irgendwer mir gesagt hat, das müsste bis morgen fertig sein Ähm, also da muss ich dann halt auch noch zu sagen Morgen, ich weiß nicht, morgen wird zu spät Also viel zu spät oder gar kein Video kommen Ähm, einfach auch, weil ich morgen wieder auch dann so ein bisschen Stress habe und sowas Und private Scheiße Morgen bin ich auch nicht zu Hause Morgen bin ich bei Urlaub von der Schule, etc So, halt auch wieder wegen privaten Zeugs und sowas Dass ich jetzt einfach mal in der Aufnahme nicht sagen möchte Ähm Ich hoffe, das ist okay für euch Aber ich bin der Meinung, ihr habt Wenn ich sowas sagen möchte, dann von mir aus Aber ihr habt jetzt nicht unbedingt so ein krasses Anrecht Alles mögliche aus meinem Privatleben zu erfahren Okay, der Typ kassiert ganz nett an der Stelle Ja gut, jetzt gibt er mir halt Lowground Combo Das ist live Äh, wenn ich den Fight jetzt verliere Ich schwöre Fuck So, ähm Ja, also das wäre dann halt so alles Aber das müsste jetzt dann tatsächlich auch das Letzte in etwa gewesen sein Wenn irgendwer Wünsche hat TF, Junge, wie kann man so eklig wieder spielen Jetzt mal ohne Witz Der roddet siebenmal rein In so Momenten hätte ich dann doch eigentlich mega gerne einen Bogen Ähm Ja, jetzt habe ich den halt einmal ganz gut in der Combo gehabt Mein Gegner ist halt ziemlich gut Aber er spielt auch ziemlich eklig, muss man dazu sagen Übrigens, ich hatte mal die Tage Ähm Hatte ich mal, ähm Ich hatte über, naja, nicht die Tage Der hat doch auch die Tage überlegt Ich glaube, ich denke mal nochmal ganz kurz nach, was ich sagen wollte Also die Sache ist, ich hatte überlegt die Tage Ich war ja im Skiurlaub Dann so ein, äh, Stream zu machen Dieser Typ fuckt mich dezent ab Stream zu machen Wo ich dann halt Après-Ski-Hits höre Weil so im Skiurlaub habe ich mal wieder mega Bock auf Après-Ski bekommen Dass der da keine Lava reingeplaced hat So Windgeil, also, mh, der hat sogar Lava reingeplaced Das ist ein bisschen traurig Wenn der mich jetzt Ja, komm, der leckt sich halt einen ab Das macht gar keinen Spaß Junge, der hackt Der hackt Der hat einen Zwölfer-Ping und leckt sich einen ab Ich glaube es auch Ich gehe jede Wette an, dass der Typ hackt Der hat einen Zwölfer-Ping und leckt Das kann nicht sein Also was ich damit sagen wollte, ist, dass meine Vermutung ist, warum der leckt Und so ist das, dass er vom Anti-Cheat zurückgebackt wird Und dass es wie ein Leck aussah Und wenn der Anti-Cheat zugreift, dann hackt der halt eigentlich immer Deshalb, das war jetzt so meine Idee, warum der hackt ihn kann Fuck it Ich möchte halt auf keinen Fall gegen diesen Typen verlieren Fuck it Jo, wie kann man so windgeil sein und so eklig reinzuheben Nee So, der Hongkong-Boy ist am Start Perfekt Was hat denn der für Super, ich tapp raus Perfekt Super nicht Perfekt Anstatt aus der Watteschwange zu gehen, beende ich die Aufnahme So, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich überlegen, ein Like und ein Abo freuen Beziehungsweise, Like ist scheißegal Kommi und Abo ist wichtig für mich Also, Abo, Motivation Hauptmotivation Kommi, Start-Hauptmotivation Like, scheißegal Des Likes sind halt, ja, äh, finde ich blöd Aber ob man jetzt, ob ich jetzt null Likes oder ein Like auf dem Video habe, ist mir scheißegal Also, wie dem sei, es ist eure Entscheidung, muss man ganz so sagen Und ich hoffe, dass wir uns morgen wiedersehen Falls ich morgen ein Video bringe Sonst hoffe ich, dass wir uns übermorgen wiedersehen Bis dahin, ciao Bis dahin, ciao Bis dahin, ciao